Wir können uns optimal auf die neue Saison vorbereiten. Wir haben hier top Bedingungen, super Hotel, super Essen, top Platz. Ich denke, jedes Jahr aufs Neues ist hier ein Highlight. Vorbereitung ist nie einfach, aber wir wissen, auf was wir uns vorbereiten, warum wir das Ganze machen. Das gehört dazu und alle ziehen gut mit. Wir haben hier noch ein bisschen in die neue Saison vorbereitet. Wir müssen hart arbeiten und optimal auf die neue Saison vorbereiten. Wir müssen auch noch ein bisschen enger zusammen rücken, damit auch dieses Jahr wieder unsere Stärke wird, die mannschaftliche Geschossenheit. Hallo, Sefras. Hallo.